Hey Kinder, was geht bei euch ab? Willkommen zu einem weiteren CSGO-Skin-Giveaway. Es geht hier um neun Skins und einen Graffiti. Wieder super Lichto, meine Freundin hat alles aufgeschrieben. Ich kann ja meine Schrift oft nicht lesen im Livestream und ja, das ist schwierig. Folgendes, hier wisst ihr, heute Abend ist Livestream und da gibt es dann diese Skins, die ich euch gleich mal eben geschwind vorführe. Zum Beispiel eben hier die M4A1S Golden Coil und auch hier die AWP Elite Build und noch acht weitere. Um 19.30 Uhr geht's wieder los. Wollt ihr alle? Ich zeig euch jetzt einfach mal alle. Komm, ich zeig's euch einfach alle. Ich hab hier noch für euch die wunderschöne Dragon King. M4A4 Dragon King, ja. Ultra bunt, für alle, die es gerne etwas bunter haben. Die haben hier noch eine Scar 20 Bloodsport in Factory New mit dieser wunderschönen Katze. Also, das ist einfach super, das ist einfach super. Falls ihr euch jetzt fragt, hey Livestream, Lirum Laum. Ich habe sehr viele Skins bekommen und ich bekomme jetzt auch gerade heute beim Livestream wieder sehr, sehr viele Skins live. Also keine Sorge, es werden auch ganz normal die YouTube-Giveaways weiterlaufen. Diese Sachen sind jetzt eben für ein Livestream-Giveaway die Menschen, die mir die Skins schenken. Den stelle ich auch immer frei, mir zu sagen, wann ich die wofür raushauen soll. Meistens sagen sie zu mir, scheiß doch drauf, such du das aus, was du damit machen willst. Aber einige wollen das eben ausschließlich in den Livestreams haben, weil sie auch die Skins oft in den Livestreams raushauen. Und der Grund ist mir auch völlig wurscht. Ihr könnt das gerne alle so machen, wie ihr das eben machen wollt. Und das sind eben diese Livestream-Skins, die es im Moment gibt. Es gibt auch mehr, aber ich kann ja nicht so viel raushauen, sonst kommen wir ja nicht rum. Hier haben wir noch eine richtig edle Wingshot, eine P250-Wingshot hier mit dem Fell. Das habe ich euch schon mal erzählt, sieht aus wie Fell. Heute im Livestream wird es auch eine große, große Skinspende geben. Ich denke, wenn alles hinhaut, sollte die heute reinkommen. Allein schon deswegen ist es, glaube ich, recht cool zuzuschauen, weil die Skins ja eh alle an euch gehen. Das hier ist das Graffiti, von dem ich gesprochen habe. Nice Shot Graffiti, also immer fett, wenn man sowas dabei hat und jemanden praktisch zu seinem Shot gratulieren kann. Hier habe ich noch eine Five-Seven-Violent-Demo für euch. Was mache ich nicht alles oder was haue ich nicht alles raus? Natürlich gibt es auch einige Blue-Skins in dem Giveaway, damit ich halt viele habe. Damit es viele gibt. Und im Livestream werde ich hier einfach so peu a peu, wie ich Lust habe, eben herausgeben. Also nicht in dieser Reihenfolge. Ich werde mit irgendwas anfangen und irgendeine Waffe wird dann die letzte sein. Je nachdem, wie so die Stimmung ist. So werde ich das machen. Hier noch eine P250 und zwar die Valence. Ich glaube, die ist immer gern genommen. Die spielt auch jeder gern. Die wird auch einfach rausgekloppt. Hier auch wieder eine Tech-9. Ihr habt mich gebeten, diese Ice-Cap rauszuhauen. Also zwei von euch. Vielleicht mal gucken, wer sie gewinnt. Und zum Schluss haben wir noch die SSG 08 Abyss. Oh Gott, bin ich hell. Warte mal. Manchmal wird es besser, wenn ich mit der Hand einfach durchgehe. Das ist die letzte Wummer. Also neun Skins, ein Graffiti gibt es heute im Livestream. Für alle, die es noch gar nicht gehört haben, ich streame jeden Dienstag und jeden Donnerstag ab 19.30 Uhr meistens so zwei Stunden. Es wird auch ein Führer-Game geben, in dem ich mit euch spiele. Der Stream beginnt immer damit, dass ich ein Matchmaking-Spiel alleine spiele. Das ist einfach so, dass ihr eintrudeln könnt und hin und her am Anfang sind meist dann auch nicht alle da. Und vor allem könnt ihr da auch Bubble-Dollar sammeln. Und für alle, die das nicht kennen, guckt einfach mal unter den Stream. Der Stream ist hier verlinkt. Da ist es mit den Bubble-Dollar und den Giveaways und den Führer-Games alles schriftlich erklärt. Ich würde sagen, dann sehen wir uns ja gleich. Also 19.30 Uhr ist nicht mehr lange hin. Für heute wurden auch einige Sachen versprochen. Also ganz viele haben mir gesagt, sie werden mehr Skins und sowas noch geben und auch Geld und hin und her. Macht euch nicht arm, Leute. Ich bin gespannt. Mal gucken, wer seine Versprechen einhält. Das ist ja mal schnell gesagt. Ihr wisst wieder Hasen, Leute. Naja, okay. Hier nochmal die schicke. Das ist das Flaggschiff. 19.30 Uhr geht es los. Link ist in der Beschreibung. Heute gibt es alle diese Skins und dieses eine Graffiti. Seid dabei. Habt viel Spaß. Ich mach die besten Streams der Welt. Achso, Daumen nach oben geben, wenn ihr wollt, ne? Also, Daumen nach oben ist, äh, jetzt kein Zwang. Genauso wie es kein Zwang ist, zu atmen. Aber macht's ja trotzdem. Weil's wichtig ist. Alle hoppen. Daumen nach oben ist, äh, jetzt kein Zwang.